Ich kann nicht durch Wände schieben, ihr könnt das immer, das sage ich meiner Mama. Ja, meiner. Das geht gar nicht hier, das ist... Ich blieb was morgen durch, welche das können. Nee. Scheiße. Aber seit ich, seit ich jetzt der Game Leader bin, sozusagen, muss ich sagen, es laggt. Genau so. Mann, ey, diese Fotze. Zahltag. Ja, ja, feindliche Drohne. Renata. Renage. Du Judenpengel, ganz hinten rechts in der Ecke. Ja, ich komme schon. Ich bekomme den nicht weg. Ja, gescheißen. Achtung, der Witz kommt flach. Meine, das sieht aus wie hier im Schlachtbill. Könnt ihr nicht mal aufräumen? Ja, scheiß Dreck. Anna liegt... Anna liegt auf der Müllkippe. Ja, du kleine Drecksau, du. Alter, mir juckt es im Arsch. Probier es mit Kratzen. Scherz. Er hat sich jetzt mal meine Kugeln durch den Kopf gehen lassen, die alte Fotze. Das waren jetzt schon. Okay, irgend so ein Löhmler liegt hinten. Der Mauer, okay. Mann, wer schmeißt denn immer zu dieser scheiß Rauchgranaten? Ja, schreib mal rein, vielleicht meldet sich jemand. Ach, scheiße, die campen hinter die Flächenverkleidungen da. Schöner ist niedergezäppelt. Kacke. Ja, entweder wird der gehackt oder der wirklich so viel Scheiße. Ist ja nicht wahr. Das gibt's ja nie. Scheiße. Du denn, Mama. Stirb. Ah, du bist ein Drecksau. Okay, ein Schrede-Drecksau. Was? Drecksau ist kein Schimpf, das gibt's. Gibt's schon? Da, hinter der Mülltonne sitzt. Da, wenn man beim Haus rausgeht, rechts. Beim rechten Haus. Ja, komm schon. Ja, verfolgt der mich auch noch, wie da. Halbstarke. Überneger. Oh, ich seh nix. Ja, genau. Der kommt wieder hinter der Mauer. Ganz hinten. Ja, ich seh nix. Da hat sie erübrigt. Machen Sie den letzten Schuss in einer Runde. Der Entscheider. Düste. Ihr Po-Schubser, schaut ihn euch an. Wie er ihn Po geschubst hat. Aber. 9, 15. Ah. 11, 12. 10, 12. $10. Vielen Dank.